Herzlich Willkommen zurück auf dem Phyronix eSports Channel mit der KSC-Karriere. Die meisten Spiele ohne Gegentor gehen auf Patrick Dreves' Konto und das ist unser Keeper. Das zeugt natürlich von Erfolg bis dato. Bestes Beispiel auch, wenn wir auf die Tabelle blicken, denn nach 15 Spieltagen haben wir 33 Punkte, 4 Zählervorsprung auf die Hertha, wir haben sogar insgesamt 6 Vorsprung auf Schalke und auch insgesamt 8 auf den ersten Platz, denn nichts mehr mit dem direkten Aufstieg oder der Relegation zu tun hätte. Im Pokal sind wir noch mit von der Partie, dort wartet der Sportklub Freiburg im Viertelfinale. Unser Werdegang bis dato 1 zu 0, Elversberg geschlagen, dann gab es einen Sieg für uns gegen Magdeburg und dann zuletzt ein 1 zu 0 in Mainz. Das waren alles recht enge Spiele, aber wir sind nicht unverdient noch unter den besten 8 Teams im Pokal. Das ist unsere Mannschaft zum aktuellen Zeitpunkt. In der Startelf vorne drehen Leihspieler Martanovic, das ist einfach nur der Fall, weil Schleusner, unser aktueller Top-Torjäger, leider verletzungsbedingt draußen ist. Aber egal, wir haben nicht wirklich großen Handlungsbedarf und vor allem keinen allzu großen Spielraum, denn mit nur einer Million Transferbudget sind uns tatsächlich die Hände schon extrem gebunden, auch wenn in knapp einem Monat dann auch schon die Wintertransferphase beginnt und die wollen wir schon auch mit in diesem Video auf jeden Fall mal anfangen. Aber es bedarf Verkäufe, sonst würde gar nichts gehen. Bevor wir uns aber auf die konzentrieren, gehen wir rein in die Spiele. Es wartet Düsseldorf, Paderborn und der 1. FC Nürnberg. Das sind drei richtungsweisende Spiele. Wenn wir diese irgendwie erfolgreich gestalten können, in welcher Form auch immer, dann bleiben wir mit dem KSC ganz oben mit dabei. Und ihr vor allem auch, wenn ihr diesen Kanal kostenlos abonniert, um nichts mehr zu verpassen, weiter natürlich fleißig kommentiert und dem Video auch unbedingt gerne einen Daumen nach oben dalasst. Der Support ist weiter anhaltend richtig gut und ich hoffe, so geht's auch weiter weiter. Und ich hoffe, so geht's auch weiter weiter. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also so soll's natürlich gerne weitergehen. Der KSC empfängt die Fortuna aus Düsseldorf. Wir gehen in die Highlights und spielen alle Highlights. Nicht nur die Angriffe. Zuletzt haben wir völlig überraschend nach langer Serie ohne Niederlage bei WN Wiesbaden beim Aufsteiger verloren und haben damit natürlich auch die Chance vergeigt, wieder auf bis zu sieben Punkte Vorsprung als, ja, Platz 1 auf Platz 2 aufbauen zu können. Ist jetzt auch ganz egal. Daniel Thun und unser Coach begrüßen sich also vor einem richtig starken Zweitligaspiel. Die erste Chance gehört uns und es ist eine Standardsituation. Gondorf auf Stindl, kurz ausgeführte Ecke und dann soll der Ball irgendwie gefährlich in die Mitte und da steht auch einer. Fehlt nicht ganz so viel. Eine dicke Möglichkeit. Nach der ersten Chance für uns kommt jetzt aber auch der erste Angriff der Fortuna. Wir schauen einfach mal, inwieweit das dann so richtig gefährlich wird. Wir haben ja noch ordentlich Mann auf jeden Fall hinten in der Defensive. Hinter der Kugel, was natürlich für uns wichtig ist. Und wir wollen die Kugel erobern. Gelingt uns bis dahin noch nicht. Düsseldorf auf außen. Dann das taktische Foul von Noah Katterbach. Der Schiedsrichter pfeift. Und der Freistoß wird auch mit in diese Form hier mit reingenommen. In diesem Angriff finde ich ganz gut, war im letzten oder im FIFA 23 ja nicht so. Und jetzt wurde der Ball verloren und für uns gibt es einen Konter. Ob wir den gut ausspielen können, das sehen wir jetzt dann erst gleich. Die Auflösung ist, Martanovic hat die Chance und Paul Nebel den Abschluss. Und Kastenmeier eine Glanztart auf Lager. Und eine Minute 46, pünktlich also zum Start. In die zweite Halbzeit gibt es nach nur 21 Sekunden einen Elfmeter. Banizek zuletzt hat er verschossen, hat aber nicht ganz große Auswirkungen gehabt, weil wir trotzdem gewonnen hatten. Jetzt in die Mitte. Kastenmeier ist geschlagen und wir führen mit 1 zu 0. Und ich würde sagen, gemessen an den Chancen bis dahin auch absolut verdient. Düsseldorf jetzt dann auch mit einem Konter und mit der vielleicht perfekten Antwort nach dem Rückstand. Über Klaus auf außen, Zimmermann und auch Johannes Sonn gibt es die große Chance. Engelhardt, der ist im 16er, tankt sich durch und markiert das 1 zu 1. Minute 59. Das Abwehrverhalten ist nicht zweitligareif. Das war eine absolute Katastrophe. Völlig desorientiert. Viel zu weit weg. Und das 1 zu 1 geht dann wahrscheinlich auch in Ordnung. Und wir haben keine weitere Chance. Stattdessen kommt die Fortuna und hätte in Minute 83 mit diesem Konter die Chance, das Spiel komplett zu drehen. Ähnliche Situation wie beim 1 zu 1. Jetzt haben wir aber die Kugel und können den Konter tatsächlich fahren. Vielleicht unsere Chance, aber so natürlich nicht. Und dann war es das auch. Der Schiedsrichter beendet eine Partie, die zwischenzeitlich mal auf unsere Seite gekippt war, dann aber durch die Fortuna ausgeglichen wurde. Eine 1 zu 1 ist, glaube ich, auch dann leistungsgerecht. Es gibt Wiederhoffnung. Schleusener ist zurück. Passend also jetzt zum anstehenden 17. Spieltag und zugleich natürlich auch dem letzten Spiel in der Hinrunde, wollen wir die Herbstmeisterschaft mit dem KSC festigen. Ob es für ihn schon in der Startelf reicht, wage ich noch zu bezweifeln. Aber unser Top-Torjäger, das ist er noch immer, nicht nur bei uns, sondern auch in der gesamten 2. 2. Liga, trotz wochenlanger Verletzung, ist jetzt wieder einsatzbereit. Und ich hoffe natürlich auch in alter Form zurück. Es gibt jetzt dann auch eine weitere Änderung in unserer Startelf, denn die Binde wird weitergegeben an Lars Stindl. Und ihr habt ja ganz, ganz lange kommentiert, solange Gondorf noch da ist, soll er definitiv die Binde behalten. Allerdings ging es jetzt gerade darum, einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Und Gondorf hat diesen abgelehnt und hat somit einen auslaufenden Spielervertrag. Jensen ist nicht nur deutlich jünger, sondern mittlerweile auch ein Ratingpunkt besser im Gesamtrating. Und immer wenn er gespielt hat, war er so unfassbar auffällig, hat super gute Arbeit geleistet. Wir haben noch Janda in der Hinterhand und auch Gondorf ist natürlich nicht ganz außen vor. Aber wenn der Routinier mit 35 Jahren keinen Vertrag mehr unterschreiben möchte und wir ja auch irgendwo in die Zukunft blicken müssen und schauen, was passiert mit unserem Verein, dann ist Jensen natürlich der Tausch jetzt im Vergleich zu Gondorf in die Startelf, denke ich, die richtige Variante. Lange Simulation jetzt also in Paderborn, in der Home Deluxe Arena. Heißt es, 8 Punkte trennen uns zum SCP. Wenn die also dieses typische 6-Punkte-Spiel gegen uns gewinnen, dann sieht das wieder ganz anders aus. Wenn wir das aber gewinnen, ist Paderborn wahrscheinlich aus dem Aufstiegsrennen komplett raus. Das wollen wir natürlich jetzt auch hier erreichen. Wir haben, und das ist ja mehr oder weniger eine kleine Negativ-Serie, zwei Spiele in Folge nicht gewinnen können. Einmal verloren, einmal unentschieden. Das ist aber noch weniger tragisch, denn noch immer grüßen wir recht souverän von der Tabellenspitze. Nichtsdestotrotz eine Niederlage hier und danach käme dann der Klub aus Nürnberg und die Situation würde sich so ein bisschen verschärfen. Also zumindest die ziemlich souveräne Situation, denn auf Platz 1 ist es eigentlich keinerlei, ja ich sag mal, keinerlei Möglichkeit überhaupt was Negatives zu äußern, auch weil wir hier eigentlich ganz gut im Spiel sind. Also immer weiter positiv denken. Es gibt gar keine Gründe, überhaupt auch nur ansatzweise an uns zu zweifeln. Jetzt aber der SCP-Paderborn, Max Gruse mit einem absoluten Hammer in Minute 26. Genau das, was wir eigentlich vermeiden wollten, ist jetzt eingetreten. Die Führung für den Gastgeber in dem Fall. Wieder kommt Paderborn, wieder wird es gefährlich. Aber ansonsten haben wir uns eigentlich ganz gut gefangen, haben uns das Gegentor jetzt nicht unbedingt anmerken lassen. Wir werden jetzt aber auch gleich wechseln. Wir haben auf jeden Fall das ganze Thema schon angeordnet. Für Rossmann soll Goller ins Spiel kommen und es soll natürlich Schleusener jetzt dann positionsgetreu, wie auch auf dem Flügel, reinkommen. Das Ganze also für Matanovic. Und es ist damit das Comeback von Schleusener, der jetzt wieder zurück ist in unserer Startelf. Da, wo er natürlich hingehört, nach drei-monatiger Verletzungspause ist Schleusi also wieder am Start. Und vielleicht ja heute genau der, den wir brauchen. Aber stattdessen auf der anderen Seite 2-0, Max Gruse. Und damit war es das dann wahrscheinlich. Wir springen zum Ende. Es ist nichts weiter mehr passiert. Ein 2-0 für den Gastgeber in einem eigentlich ausgeglichenen Spiel, wo sie halt einfach ihre Chancen genutzt haben und wir im Umkehrschluss logischerweise nicht. Hamburg und Schalke gewinnen auch. Das habt ihr vielleicht gerade noch ganz kurz im Hintergrund gesehen. Und deshalb wagen wir mal einen Blick auf die Tabelle. Und aus zwischenzeitlich mal sieben Punkte Vorsprung wird noch einer auf Schalke. Und wenn Hertha ihr Spiel weniger natürlich auch noch gewinnt, genauso wenig nur einen Punkt auf die Hertha. Aber die Herbstmeisterschaft ist uns trotzdem nicht mehr zu nehmen. Die haben wir jetzt offiziell. Es geht aber jetzt dann gleich ins Max-Morlock-Stadion. Und das werden wir selber spielen. Denn da bedarf es definitiv drei Punkte. Alles andere wäre schon ein heftiger Rückschlag. Ich meine, der Klub ist eine gute Mannschaft. Steht auch hier auf Platz 9. Und mit einem Sieg mit 25 Zehnern auch nur 9 hinter uns. Aber es geht jetzt nicht darum, was die anderen Teams wollen, sondern was wir wollen. Und wir wollen wieder zurück auf die Erfolgsspur. Die hatten wir ja. Gefühlt über eine komplette Hinserie. Dann aber kam WN Wiesbaden zum Ende der letzten Folge. Und da haben wir uns wahrscheinlich einfach zu sehr, ja, ich sag mal als klaren Favoriten gesehen. Haben das Spiel mit 2 zu 1 verloren. Dann gab es ein Unentschieden gegen Düsseldorf. Und jetzt die Niederlage gegen Paderborn. Ist natürlich maximal bitter. Denn es hätte alles ganz anders laufen können. Aber wir dürfen uns trotzdem nicht beschweren. Wir haben die ersten 14 Spieltage so erfolgreich gestaltet über weite Strecken, dass man die letzten drei jetzt bis hin zur Herbstmeisterschaft natürlich nicht so krass auf die Waage legen muss. Klar ist aber trotzdem, wir müssen aus dieser Krise in Anführungszeichen rauskommen. Es darf auch mal negative Momente geben. Versteht mich da nicht falsch. Aber trotzdem wird es dann wieder Zeit. Und ich glaube, das macht dann auch ein Top-Team aus, dass man wieder das Ruder rumreißt. Und das ist das Ziel natürlich jetzt dann in Nürnberg. Vorher gibt es einen Abgang mit Kai Eisele, der wechselt zum Arminian SC für 520.000. Wir wollen jetzt ein bisschen Geld einnehmen für die anstehende Wintertransferphase. Er wird natürlich logischerweise erst zum 1. Januar wechseln. Unser Youngstar-Keeper ist ja aktuell Hull City verliehen. Diese Leier werden wir dann auch zum 1. Januar abbrechen, sodass wir logischerweise wieder einen zweiten Torhüter in den eigenen Reihen haben. Sehen wir ja gerade hier. Max Weiß verliehen an Hull City. 19 Jahre jung. Gleiches Rating wie, ja, Eisele in dem Fall. Und da sind halt neun Jahre dazwischen und das könnte der Backup sein und zugleich natürlich der Ersatz auf langfristige Sicht für Patrick Drewes. Tide verlängert jetzt dann auch noch seinen auslaufenden Spielervertrag um ein weiteres Jahr. Stimmel mit seinen 35 Jahren kann sich nicht mehr vorstellen, weiter professionell Fußball zu spielen. Deshalb auch er mit einem Auslaufenden. Bei Rossmann trifft das auch zu und der hat sogar eine niedrigere Freigabesumme als sein eigentlicher Marktwert. Da müssen wir auf jeden Fall auch ein bisschen mehr in die Tasche greifen. Drei weitere Jahre also auf seinem Vertrag. Gondorf möchte ja nicht. Anscheinend unzureichendes Gehalt. Er hat aber genauso viel angeboten bekommen, wie er das, was er aktuell verdient. Brosinski ist auch schon alt und möchte sich mit seinen 35 Jahren nach dieser Saison keine weitere Spielzeit antun. Die anderen laufen zu weit noch. Also Tide verlängert. Genauso natürlich auch Rossmann bei Herbold und Matanovic. Oder nicht Herbold, sondern Herold und Matanovic. Müssen wir einfach mal schauen. Vielleicht dann Transfers, die man im nächsten Jahr verwirklichen kann oder eventuell erneut ausleiht. Aber trotzdem, wir werden uns am Ende der Saison von Lars Stindl verabschieden müssen. Genauso von Gondorf und auch von Brosinski. Alle drei sind 35 Jahre alt und mittlerweile ist nur noch Stindl Teil unserer Startelf. Klar, weil er ist mit der 77 noch immer mit Abstand der beste Spieler im Kader. Hier sind wir dann also in Nürnberg angekommen. Stindl ist jetzt zusammen mit Wanicek mal auf der Achterposition. Paul Nebel rückt also eins zurück auf die Zehnerposition. Ursprünglicher typischer ZOM. Schleusner ist zurück in der Startelf. Der ist direkt mal hier im Zweikampf. Links haben wir Rossmann. Rechts dann Goller. Jensen also jetzt mal nur auf der Bank. Ich meine klar, er wird jetzt nicht langfristig wieder nur auf der Bank sitzen. Aber trotzdem dachte ich, komm wir gehen jetzt einfach mal logischerweise wieder mit Schleusner anstelle von Matanovic. Und ich will einfach auch mal wieder Goller die Chance geben. Der hatte ja zwischenzeitlich eine so unfassbar gute Phase. Und genau die darf er jetzt auch hoffentlich bei uns weiter haben. Jetzt aber erstmal Nürnberg im ersten Angriff. Wir sind zu weit weg. Tide. Tide viel zu weit weg. Und ein volles Risiko. Und ein klares Foul. Minute sieben. War es dann Tide sogar mit dem Foul. Und vorher jemand anderes. Ja, scheint fast so. Auf jeden Fall ist das natürlich ein ganz klarer Elfmeter. Tide sieht die gelbe Karte. Und das ist einfach auch ein schlechtes Abwehrverhalten. Hier will ich nur in den Lauf kretschen. Und er kretscht halt nur in den Mann. Darf man sich nicht wundern. Es ist da ferner. Minute sieben gegen Dreeves. Und es ist die Führung für den Klub. Und es ist wieder mal der nächste Nackenschlag für uns in der aktuellen Situation. Wir müssen uns da jetzt rausziehen. Wir brauchen wieder die Selbstverständlichkeit. Das Selbstverständnis. Einfach Fußball zu spielen. Das, was uns Wochen und Monate lang ausgezeichnet hat. Wieder kommt Nürnberg. Wieder zu weit weg. Und wieder muss Dreeves ran. 14. Minute. Die erste Möglichkeit jetzt außerhalb des Elfmeters von Humbo. Wir kommen nicht ins Spiel. Also es wirkt fast so, als hätten wir einfach unsere kompletten Qualitäten verloren. Jetzt Goller gegen den Ex-Klub. Er ist ja glaube ich vom ersten FC Nürnberg zu uns gewechselt. Aber er behält die Kugel. Und das trotz Bedrängnis im eigenen Sechzehner. Tankt sich dann nach vorne durch. Und könnte eine große Möglichkeit für uns kreieren. Schleusener läuft in Position. Schleusener. Und was eine Parade von Martenia. Das ist die große Chance aufs 1-1. Und das Zor hätte zu 99% wahrscheinlich auf Gollas Konto gehört. Was für ein Solo hier vom Mann, der wieder neu in der Startelf ist. Und Goller, der hat jetzt Blut geleckt. Sieht hier Nebel. Und er tankt sich durch. Nebel mit dem Abschluss. Und wieder fehlt nicht viel. Komm schon. Das jetzt als Rückenwind nutzen. Goller ist unfassbar gut drauf. Das ist Schleusener. Das ist Nebel. Wo ist jemand mitgelaufen? Hier ist Rossmann. Abschluss. Und diesmal wollte ich sagen, ist er drin? Ist er nicht. Wieder finden wir unseren Meister in Martenia. Darauf fallen der Eckball von Vanicek. Stindl steht da in der Mitte. Die Chance lebt noch. Goller hält die Kugel drin. Dann haben wir Vanicek. Und er hat eine Idee, sucht und findet leider keinen Schleusener. Aber Nürnberg ist jetzt eigentlich unter Dauerbeschuss. Wir sind im Spiel angekommen. Holen auch mal die ersten und die zweiten Bälle. Das hier ist Schleusener. Nicht bekannt für sein Tempo. Trotzdem spielen wir es ganz gut aus. Nürnberg jetzt mal wieder. Mit ganz wenig Möglichkeiten, überhaupt in Ballbesitz zu kommen. Wir brauchen die Kugel so schnell wie möglich. Wir haben jetzt unseren Weib für dieses Spiel gefunden, würde ich mal behaupten. Kaum sage ich es, kommt Nürnberg wieder. Und plötzlich ganz gefährlich im gegnerischen 16er. Drehwitz knallt da noch fast so richtig gefährlich. Auch an dem Pfosten. Kurz ausgeführter Eckball. Das war gerade eben auch der Entstehungspunkt für diese Chance. Und was einmal funktioniert hat, klappt vielleicht auch ein zweites Mal. Aber dafür ist Goller draußen. 41. Minute. Klärt allerdings auf Kosten eines Eckballs. Du Mann raus auf Okunku. Der hat die Kugel jetzt hier. Nürnberg sichert sich jetzt durch Ballbesitz. Wieder ein bisschen mehr Spielkontrolle. Und zwingt uns natürlich auch irgendwo zu Reaktionen in der Defensive. Das, was wir eigentlich verhindern wollen. Denn wir haben den Angriff. Und da sind wir so gut. Und den wollen wir jetzt auch besser ausspielen. Und das mit diesem schönen Kombinationsspiel. Aus der Gefahrenzone. Im eigenen 16er raus. Ist es Goller. Der Typ hat so unfassbar viel Tempo. So unfassbar viel Spielwitz. Und jetzt auch die Antwort auf diesen 1 zu 0 Rückstand. Denn der KSC ist zurück in diesem Spiel. Benjamin Goller. 5 und 40 plus 1. Wir gleichen aus. Und das ist unterm Strich absolut verdient, würde ich behaupten. Also dieser Wechsel hat sich sowas von gelohnt. Auch schön von Schleusner, der den Weg dann da noch frei gemacht hat. Weil er den Außenverteidiger mit nach außen zieht. Und somit die Lücke frei macht. Jetzt kommt hier Rossmann. Auch Katterbach ist mit dabei. Katterbach übernimmt doch die Kugel. Will er nicht. Und somit lassen wir eine große Chance. Oder vielleicht eine ganz gute Möglichkeit zum Auftakt der zweiten Halbzeit leider liegen. Aber wir sind zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt zurückgekommen. Haben auf 1 zu 1 gestellt. Und können jetzt eigentlich mit hoffentlich dem Momentum, dem Rückenwind, das Spiel vielleicht komplett auf unsere Seite kippen lassen. Diesmal ist Katterbach mit dabei. Und Rossmann sieht ihn auch. Katterbach auf außen. Der ist platt. Der hat einen Sprint von hinten nach vorne angesetzt. Und jetzt Schleusen. Und er ist zurück in seinem ersten Spiel von Anfang an. 56. Minute. Der KSC führt in Nürnberg. Wir drehen das Spiel nach einem Rückstand halbzeitübergreifend. In nicht einmal guten 10, 11 Minuten, wenn mich nicht alles täuscht. Also das ist schöne Minute 45. Und jetzt auch hier ganz, ganz neu in Halbzeit 2. Martini hat keine Chance. Kracht danach noch in Schleusen mit rein. Ich habe schon irgendwie Schiss gehabt, dass er sich da wieder verletzt. Aber unser Top-Torjäger ist zurück. Und er macht das, für was wir ihn halt eben brauchen. Und was er am besten kann. Tore schießen. Und das hat er schon auch vor seiner Verletzung eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und jetzt ist er gerade wieder zur Stelle. Und auch Vorlagengeber war er ja immer wieder. Und auch hier ist er mit beteiligt. Rossmann hat noch immer die Chance. Wir suchen aber erstmal wieder Katterbach. Dann haben wir hier Schleusener. Im Rückraum haben wir Lars Stindl. Es ist sehr, sehr eng, weil Nürnberg jetzt wahrscheinlich erstmal auf diese Situation klarkommen mag. Aber trotzdem lassen wir ihm gar keine Ruhe. Und dann ist der Ball aber wieder beim Klub. Nichtsdestotrotz, wir führen. Und jetzt ist eigentlich alles in unserer Hand. Schleusener hat wieder mal die Kugel. Und das macht er Weltklasse. Schleusener jetzt noch vorbei. Martenia spitze Winkel. Und dann Martenia Weltklasse. Und dann ist es Goller. Das war eigentlich ein Schuss. Und ja gut, Schleusener ist jetzt nicht unbedingt für sein Tempo bekannt. Vielleicht hätte ich da viel früher und viel direkter den Abschluss suchen müssen. Egal. Trotzdem, nächste gute Möglichkeit. Auch weil wir es hinten raus immer mal wieder mit echt krassen Überraschungswellen probieren. Und die funktionieren dann halt auch eine Viertelstunde jetzt noch. Jetzt ist es eigentlich nur noch der Verwaltungsmodus. Weil wir nicht mehr so gut ins Spiel kommen. Und Nürnberg dafür immer mehr. Wir haben jetzt dann auch noch mal vierfach gewechselt. Jensen kam ins Spiel. Unter anderem auch Matanovic, Jander und es kam auch Herold. Und nichtsdestotrotz ist es endlich nach drei Spielen Wartezeit. Wieder ein Dreier für den KSC. Wir verteidigen damit natürlich auch. Und das ist offiziell weiter die Tabellenspitze. Und können jetzt schauen, was in Richtung Januar. Und damit verbunden natürlich auch die Wintertransferphase noch so passieren wird. Es gibt einen weiteren Abgang mit Boudou, Zivzi, Watzel, der Wechsel zu Burgos CF für 820.000. Auch dieser Deal wird jetzt dann gleich mit Beginn der Wintertransferphase über die Bühne gehen. Was wir jetzt offiziell hier sehen. Der Arme Jan SC sichert sich die Dienste von Eisele und Burgos die von Boudou. In unserer Jugendabteilung sind ein paar vielversprechende Spieler mit dabei. Allerdings werden wir jetzt dann auch aussortieren. Denn unter einem 60er Rating brauchen wir erst gar nicht anfangen. Siyaka Kamara ist aber einer, den wir verpflichten wollen und parallel auf die Leihliste setzen. Hier haben wir dann noch einen Karl Winter. Ja, 16 Jahre jung. Wieso denn nicht das gleiche auch mit ihm und auch mit William Hooper. Probieren wir einfach und hoffen, dass die Jungs woanders Spielpraxis sammeln können. Denn solche Youngstars sind für unsere Verhältnisse doch schon sehr vielversprechend. Mit Stefan Ambrosius ist ein Ex-KSC-Spieler, der mal letztes Jahr für ein Jahr zwischenzeitlich an den KSC ausgeliehen wurde. Hier neu auf unserer Wunschliste. Und wir haben noch Rocco Reitz, was ich auch ganz interessant finde. Denn wenn man bedenkt, dass ein Gondorf uns verlässt, dass ein Stindl dann auch geht. Man bräuchte im zentralen Mittelfeld eigentlich durchaus noch so ein bisschen neuen oder frischen Wind. Er spielt in der Realität aber recht häufig bei Borussia Mönchengladbach. Wie realistisch dieser Deal wäre, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht schwebt uns da so eine Reihe im Raum. Eine Reihe? Eine Laie logischerweise. Dafür aber hier Stefan Ambrosius. Wir könnten da vielleicht auch einen Tauschdeal mit Beifuß anordnen. Damit einer 69 und 25 wäre er der jüngste unserer anderen drei. Logischerweise jetzt mit Franke. Und ich weiß gar nicht, ist Franke aktuell bei uns in der Startelf oder Bormut? Es ist Bormut. Könnte er halt neben Kobalt dann unser nächster Stamminnenverteidiger werden. Und deshalb werden wir uns mal mit dem HSV zusammensetzen. Denn dort hat er glaube ich nicht unbedingt eine große Zukunft vor sich. Und es hat tatsächlich funktioniert. Wir zahlen gar keine Ablösesumme, sondern einfach nur Beifuß im Tausch. Und das halt eben, ja, auf der anderen Seite mit Stefan Ambrosius. Ambrosius, der jetzt dann also zurück beim KSC ist, damals war ja auch irgendwie so die Möglichkeit, dass man ihn vielleicht fest verpflichten kann oder möchte, hat dann nicht ganz so funktioniert. Jetzt aber ist es bei uns zumindest mal offiziell. Und Ambrosius schließt sich wieder dem KSC an, diesmal mit einem Drei-Jahres-Vertrag. Und nicht auf Laie wie zuvor. William Hooper, gerade eben aus der Jugend hochgezogen. Interesse von Borussia Mönchengladbach ist da. Und deshalb haben wir uns gedacht, komm, wir gehen doch einfach mal diesen Tauschdeal ein. Ich denke, bei uns wird William Hooper nicht unbedingt die größte Rolle spielen. Aber Gladbach setzt ja dann auf die absoluten Top-Talente, wie auch jetzt vielleicht in dem Fall. Und wir zahlen nur 700.000 Euro drauf, das Ganze für Rocco Reitz. Was also auch bedeutet, wir haben noch immer über 1,2 Millionen auf dem Konto, die man in die nächste Folge investieren könnte. Oder vielleicht auch einfach sagt, man wartet noch. Jetzt aber ist dieser Deal natürlich offiziell. Nach Ambrosius ist es auch Rocco Reitz. Und in der Wintertransferphase wollen wir ansonsten auch gar nicht so viel andere Dinge machen. Außer vielleicht noch die anderen Jugendspieler verleihen bekommen. Hier seht ihr das Ganze nochmal, William Hooper plus 700.000. Das ist absolut geil. Und ich würde sagen, mit Rocco Reitz haben wir einen weiteren Spieler, der vielleicht ebenso wie natürlich auch Ambrosius als Neuzugang direkt in die Startelf kommen könnte. Er ist 21 Jahre jung. Ja, im Vergleich zu Janda, ja, ein Jahr älter, aber dafür zwei Ratingpunkte besser. Jensen ist fünf Jahre älter, aber auch vom Rating her der aktuell beste. Wir schauen einfach mal. Fände ich ganz geil, so die ehemalige Gladbach-Connection hier mit Reitz und auch Stinde, die sich vielleicht flüchtig kennen, würde ich jetzt zumindest mal behaupten. Und ansonsten habe ich jetzt auch Goller anstelle von Rossmann mal hier in die Startelf gepackt. Und wir hätten die Idee fürs nächste Jahr, dass ein Nebel zurück auf die Zehnerposition trainiert werden könnte. Ja, dann hätten wir auch schon direkt hier den, ja, Abgang von Marcel Stindl, äh, von Lars Stindl? Ich bin völlig durcheinander heute. Was ist denn los? Von Lars Stindl kompensiert. Und man könnte dann einen Goller logischerweise auf rechts spielen lassen und auf links wieder einen Rossmann. Also so könnte man sich jetzt auch so nach und nach an einen Abgang von Lars Stindl schon fürs nächste Jahr gewöhnen. Drei Leihabgänge, genau so, wie es geplant war, ist es jetzt dann auch gelaufen. Franco schließt sich Kilmernock an, Alain Jaspor sichert sich die Dienste für zwei Jahre von Winter und Kamara wechselt auf zwei Jahresbasis also hier zu Hannover. Das Ganze also dreimal Laie, dreimal über zwei Saisons und dreimal hoffentlich mit recht viel Spielpraxis auf der anderen Seite, das jetzt im Hintergrund unserer Mannschaft Entwicklungspläne angepasst und auch neu mit draufgesetzt bei Reitz und Ambrosius. Es ist eine gute Truppe. Ich hoffe, wir kommen so schnell wie möglich auf die 70+. Thiele hinten rechts hat jetzt dann halt auch vielleicht die Konkurrenz, dass man sagt, man will so nach und nach auch Langer mit ranführen. Müssen wir halt einfach mal schauen, was die Zeit jetzt da noch so bringt. Dass wir in der nächsten Folge den vollen Fokus auf den Sportklub aus Freiburg und einem XXL-Pokal-Commentary-Spiel legen können, plus einem weiteren Zweitligaspiel, gehen wir jetzt also rein hier noch gegen die Braunschweiger Löwen in der Schnellsimulation. Also sind die zu Gast bei uns und unterlegen uns deutlich oder unterlegen, unterlagen, unterliegen uns deutlich. So rum, Nebel mit dem 1-0, Schleusner dann mit einem Doppelpack und auch Nebel macht seinen Doppelpack perfekt. Braunschweig hat keine Chance und der KSC hat wieder so typische Sieger-Mentalität heute zumindest auf den Platz gebracht. Let's go! Und damit sind wir dann auch am Ende dieser Folge angekommen, die euch hoffentlich gefallen hat. Wenn ja, lasst dem Video super gerne einen Daumen nach oben, da schreibt einen Kommentar und abonniert auch gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Das Video heute am Mittwoch, das nächste wie gewohnt am Samstag und da dann voller Fokus auf den Pokal gegen Freiburg. Haut also rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!